Hey! Guten Tag! Leute, wir sind wieder da. Ich bin heute Captain Albatross und Paul ist der andere. Captain Albatross? Was ist Albatross? Yo, was ist los? Gib mir den Zauberer, ich will Gundype sein. Nein! Ich bin Gundype, ich bin Gundype, los, weg, hau ab! Ich mach hier Legolas Action. Ja, beim nächsten Mal, ey, beim nächsten Mal treffe ich. Oh, was ist denn das? Okay, Leute, wir spielen wieder Tri... Oh, fuck, ich bin tot! Ich bin tot! Also, wir spielen wieder Tri, ne? Ja, willkommen zurück bei Trine! Und heute wollen wir nicht weinen, denn wir sind in einem Verein. Nein! Okay, wir lassen den Scheiß mal. Oh, boah, Spiel! Peng! Oh, das ist... Die ist voll umweinbar. Ja, boah, ey! Ich nehme mal den Dicken hier, den... Ah! Wow! What the fuck! Oh, ich nehme erst mal die Pullen mit. Oh, ja, das ist ne gute Idee, das machen wir so. Ah, ne, warte mal! Äh... Ah! Ah! Wow! Okay, gar kein Problem. Komm, weiter! Oh, guck mal da oben die Stacheldinger an, Alter! Töte sie, töte sie! Bam! Bam! Und... Voll auf die Nase! Ich mach einfach ein Würfel. Oh! Nein, gib mir mal Gandalf jetzt, ich will Gandalf sein. Gleich. Ich will Gandalf sein, Jukka! So! Oh! Finkt eine Kisten! Ich hab keinen gemacht! Ja, das ist ein guter Plan, das machen wir so. Und, und jetzt? Äh... I'm useful. Okay, wir müssen... Da unten gleich siehst du links das Ei, da springen wir jetzt gleich hin, da weiß ich mir neue Kiste hin. Ach, du kannst nur eine Kiste machen? Aua! Ich kann zwei machen, warum lässt du mich nicht... Aaaaah! Okay. Kein Problem... Oh! Ah! Oh Gott, Jukka, was ist denn hier los? Hahaha! Ich weiß es nicht! Oh Gott, nein! Hört auf, um mich zu schießen! Oh Gott, ich bin... ...unfähig! Ah, fuck! Ich töte ihn mit meiner Kiste! Fuck! Ah, ich war schon oben, so ein Mist! Jetzt aber hier, da, jetzt kriegst du 1 auf die Nase! Da, meine Kiste! Hör auf mit dem Mist! Ah, das ist noch einer! Komm her! Oh oh! So, zerlegt! Hahaha! Total! Chaotisch schon wieder hier! Lass mich, ich will Gandalf sein! Du bist immer Gandalf, ich wollte ich Gandalf sein! Kommt das wieder hoch? Ja! Gib mir das Ding! Ach, Mann! Egal, drauf geschissen! Hui! Oh, hier ist noch so ein Typ! Oh, hier ist eine goldene Truhe, Paul! Ja, dann mach mal auf die goldene Truhe! Oh, fuck! Ich bin tot! Hahaha! Jetzt bin ich die Alte! Oh, no! Du machst nur Blödsinn mit ein Kisten! Du machst nur Blödsinn! Du machst nur Blödsinn! Du machst nur Blödsinn! Nur Blödsinn macht er! Ha! So, jetzt, äh, ne! Hä? Hä? Hu! Okay! Klar kein Problem! Oh, da kann man auch hin! Okay! Äh! Was sollen wir machen? Äh! Ah, okay! Das ist irgendwie doch leichter als ich dachte! Mach's gut! Ich geh rüber! Warte! Nein! Nein! Ich will den Shit da oben haben! Komm ich da hoch? Shit! Warte! Dann muss ich... Oh! Muss schwingen! Lass ihn schwingen, Jukka! Schwingen! Oh, die hat ein Herzchen eingesammelt! Ich weiß noch nicht, was es macht, aber wir haben jetzt ein Herzchen mehr! Das heilt den Charakter, der das... Oh, das ist ja voll lahm! Jetzt... Ah! Jukka! Nimm doch einfach die Tusse jetzt! Nimm die Tusse! Oh! Ja! Nimm die Tusse, Jukka! Jawoll! Ja! Ich bin der Zauberer! Uh! Hey! Oh Gott! Hahaha! Oh Gott! Ich kann nicht stehen bleiben! Es tut mir leid! Oh! Shit! Ah! Du haust ab hier! Und... Ah! Du haust auch ab! Und... Und du haust auch ab! Und... Du haust auch ab! Und du hast auch einen Pfeil aus, mich zu schießen! Blöder Sack! So! Kein Problem! Ja, komm mal her! Tschüss! Äh, was? Bam! 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 Ich hab den Typen weggehackt! Weil ich muss die Dinger einsammeln! Ah! Nein! Ah! Nein! Stacheln! Ah! Ich bin unfähig! Was machst du denn überhaupt? Hast du so wieder hoch oder was? Aua! Nein! Was machst du denn? Ich fach grad um! Los mal nochmal! Halt ich fest! Ich hänge komisch! Jucka, ich hänge komisch! Ah, okay! Ah! Ah! Springen Sie, Mister! Ja, lass den Scheiß so! Ah! Ah! Lach mir die aus! Hast du da auch ein Hebel? Ne! Oh, noch mehr magisches Wasser! Vielleicht kriegen wir Riesen-Erdbeeren! Oh, ich hab's geschafft! Oh, Riesen-Erdbeeren, Alter! Amadeus, Mann! Da kann ich duschen! Oh, ich level mal! Warte mal, ich level mal! Ah, ich brauch da mehr Punkte für! Das ist doch kacke Arsch! Ah! Dann warte ich einfach! Ich spare einfach! Dann kann ich den Zauberer mega geil machen! Oh! Ah so, okay! Wupp! Was wächst jetzt hier? Ah so, steh ich im Weg oder was? Oh! Löl! Oh Gott, das ist alles so... Oh Gott, nein! Ah! Hahaha! Okay, und nur? Wuiiii! Oh, ich bin... im Baum! Nein, okay! Ja gut, dann gehen wir mal weiter! Warum haben wir das jetzt gemacht? Er hat mir Riesen-Erdbeeren versprochen! Was kriegen wir hier? So eine scheiß Pilze! Hey, 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 hey! Ganz ruhig! Oh Gott, was ist wahr? Hier ist ja richtig Party, alter! Oh, oh! Aua! Yoga! Du schaffst es! Wie du aussahst so voll... Hi! Oh Yoga, was machst du denn? Hör auf, unsere Leute zu töten! Hier, guck mal! Den letzten hab ich mal blockiert für dich! Hahaha! Hahaha! Die Lampe! Hahaha! Warte, warte, warte! Noch nicht! Noch nicht! Jetzt! Ja, okay! Oh! Okay, hier ist gar kein Problem! Oh Gott! Ne, 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 ne! Du kommst hier rüber! Oh Gott! Bumm! Au! In dein Maul! Ja, warte, du lebst noch! Hier gibt's noch eine Packung! Na, gar kein Problem! Hier, du auch! Da immer rein in die Schnauze! Batz! Wegekloppt! Hier ist aber mit dem Hammer auch noch eine drauf! Ne! Da! Hier! Mal deine blöde Scheiße Pile, du blöder Sack! Hilfe! Wo ist er? Da! Komm her! Komm sie her! So! Wegekloppt! Gar kein Problem! Sehr gut! So, okay! Hoch! Hoch! Oh nein, nicht hoch! Der ist hoch! Der ist hoch! Ah, fuck! Der ist zu... Wie? Oh! Der ist zu fack der Typ! Ich nehme mal die alte! Ich nehme mal die alte! Vielleicht kriegt die das besser hin hier! Hü! Nein! Okay! Ich krieg das Ding gar kein Problem! Guck mal, ich hab das Ding hier blockiert! Und gar nicht so schlecht! Nur das es irgendwie... Aua! In der falschen Richtung blockiert ist! Ey! Oh, malo! Du bist voll gemein zu mir! Oh, hier unten ist was! Oh, das ist... Ja, das war ja geplant! Das ist nur für mich! Kriegst du nix ab von! Hey, 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 hey! Ganz ruhig hier! Äh... Zieh mal das Ding hier! Zieh mal das hier rüber! Also, ein Stück! Oh! Ja, oder? Oder wir stellen uns da einfach rein! Kann man die nicht einfach da oben? Naja! Äh... Da! Genau! Nice! So geklappt das! Oh, fuck! Oh, what a! What a! Oh nein! Oh, das ist ja schon irgendwie ein bisschen... Angst einflösen, ne? Wie kommen wir da jetzt hoch? Machen wir die Kiste wieder weg da! Mächtiges! Jawoll! Mächtiges Wasser! Das ist das Wasser auf Doom! Oh! Oh Gott! So, wieder die alte... Oh, shit! Oh, oh! Bam! 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 Ins Maul kloppen! Bam! 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 Alles kaputt! Oh Gott! Oh ja! Was ist das so für ein Dicker? Oh, shit! Aufs Maul! Aufs Maul! Oh, ich bin tot! Oh, der One hittet uns! Klar warst du, Junge?! Klar mit deinem Pudding! Oh, shit! Da unten musst du dranspringen! Dann kriegen wir wieder Leben! Yeah! Oh Gott! Gott! Ja, Friel, Alter! Oh Gott, Alter! Belebt mich wieder, Paul! Belebt mich wieder! Klapp mal auf den einen Typen! Stimmt, Altrian! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Lauf, Gott, nein! Wie können wir denn... Oh! Ich glaub wir... Ja doch, der hat aber ne Lebens... Das wird nix! Oh Gott, nein! Oh Gott! Oh, fuck! Verlenk ihn ab! Versuch ihn da hinten irgendwie zu halten! Ich mach den Scheiter gerade noch! Oh! Oh, ich bin schon bei Helden! Oh Gott, nein! Oh, ich bin... 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 Oh! Oh, wir können einfach fliehen! Ja, das find ich gut! Oh! Oh! Oh, shit! Oh! Oh, was ist das für ein Apparat? Oh! Oh! Wollen wir den nicht lieber kill'n? Ich glaub wir hatten den schon auf der halben... aber ich kann ja noch kein körper leben laut er doch kann er verliert leben aber halt nicht besonders viel wenn ich den die ganze zeit nur ab da oben jungen klar alles klar geht ab aber das ist die 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 knochenbrecher ist tot das kam guck mal erwartet wir können hier noch mal obendran kriegst du wenigstens noch mal für live ich bin doch voll ja jetzt war ich da dran war du Penner doch vorher schon voll live nein warst du nicht doch war ich wohl doch ich bin immer voll live kann man da drauf ohne dass man stirbt oh nein ah kann man nicht aua ich bin drüben komm nimm die alte oh alter hier ist der geisterwald junge machst du dich da irgendwo noch mal dran gehangen oder was wie hast du es gemacht ja ja hier oben ist da auch nochmal oh shit alter oh genau guck mal geisterwald krasse kacke spooky spooky oh das ist geil lass uns zurück gehen oh der trial der trine hier die nacht die nacht da erschien ein vertrautes licht und erhellte den weg wo denn da vorne du blindfisch wie wärs wenn er denn erhält während wir da lang geht das kann ich auch nicht da rein will alter sieht schön aus ja wie lange will der denn noch ein riesengroßes baumhaus okay er ein baumschloss und der trine möchte dass wir reingehen ach der trine könnte uns besser mal an einen netten stern bringen gehen wir rein holy shiiitt wow ja man das ist das denn was ist das denn was ist das denn da ist WTF 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 was ist das denn man